Was ist die Welt privatisieren und umverteilen? Von den Arbeits- zu den Besitzeinkommen, den Staat quasi aus dem Wirtschaftskreislauf zu entfernen, den Sozialstaat zurückzubauen, dass das hier kritisiert wird. Was würden Sie sagen, ist eine Ursache dieser neoliberalen Umwendung des Staates? Ist das die Wirtschaft, die so stark war oder sind das die Politiker, die auf einmal anders dachten? Na, ich glaube, es ist schon beides. Es setzt sich ja so Mitte der 70er Jahre ein. Da war insgesamt die Profitrate unter Druck gekommen, auch sicherlich unter Sozialstaatsbedingungen. Das Verhältnis von Arbeitsproduktivitäten und Kapitalintensitäten wurde ein schlechtes. Dadurch geriet die Profitrate, die ja nun mal alles entscheidend im Kapitalismus ist, geriet unter Druck. Und dann bleibt nur noch die Verteilung. Also wie verteile ich dann die Wertschöpfung zwischen Profitquote und eben Lohnquote? Und da musste dann die Lohnquote eben nach unten gedrückt werden, um weiter die Profitrate zu stabilisieren. So hat das Politik mitgespielt. Und dadurch ist es dann sukzessive, wie wir es ja heute nennen, zum Neoliberalismus gekommen. Obwohl das eigentlich ein falscher Begriff ist. Der Neoliberalismus setzt sich ja bereits ein. In Deutschland auch mit der Spiele hat der Ordoliberalen der Freiburger Schule als Antwort auf den Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Und man müsste es eigentlich sauber wissenschaftlichen Neoliberalismus nennen. Aber sei es drum, darum ging es. Und letztlich hat sich das dann immer mehr weltweit auch verfestigt. Ich will hier auch nochmal erinnern an den Konsens von Washington, der ja auch als die zehn Gebote der Neoliberalen bezeichnet wird. Wenn man das mal da zusammenfasst, dann reduziert sich das im Grunde auch darauf, möglichst alles zu privatisieren, das öffentliche, auch die öffentlichen Güter damit zurückzudrängen, das Private zu betonen und letztlich auch umzuverteilen von den Arbeiten zu den Besitzeinkommen. Wobei bei diesen Besitzeinkommen, ja die drei Einkommensarten sind eben Zinsen, Zinseinkünfte, Miet- und Pachteinkünfte und eben Gewinneinkünfte. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020